Wenn mal wieder keine Videos in der Abo-Box aufgetaucht sind, überprüfe bitte deine Benachrichtigungseinstellungen. Jahu, was geht ab meine Freunde und Freundinnen? Mein Name ist Transratte und ich dachte mir, bei diesem Video blende ich mal die Facecam ein, denn ich denke, ich werde das ein oder andere Mal entweder sehr, sehr traurig oder sehr, sehr glücklich gucken. Ich habe 40 Battle Packs, die ich jetzt öffnen werde. Von der aller, aller neuesten Version 8. Ja, und ihr seid jetzt einfach dabei. Wir fangen einfach mal an. Hier könnt ihr schon mal gucken, was hier drin sein kann. Ist auf jeden Fall ganz nice, kann man machen. Ich hätte natürlich am liebsten den Skin fürs Gewehr 98. Okay, fangen wir an. Weißer Skin, war klar. Instant Scheiße. Nein, verschrotten. Okay. Dann machen wir direkt das nächste auf. Öffnen. Weißer Skin, alles klar. Nein, brauche ich nicht. Definitiv nicht. Das fängt ja schon super an, ey. Ohne Witz. Ach, wirklich, nochmal. Dankeschön. Verschrotten, bitte. Mein Gott, Alter. Die sieht tatsächlich gar nicht mal so scheiße aus. Brauche ich aber wirklich nicht, eigentlich, ne? Ah, es ist wieder so klar, Alter. Ohne Witz. Komm schon, Mann. Bin ich jetzt mal blau oder so? Ernsthaft jetzt. Die ist aber wirklich hübsch. Trotzdem verschrotten. Pistolen-Skins brauche ich eh nicht. So. Öffnen. Komm schon. Die sieht aus, als wäre sie mit Moos beschmutzt. Wer will denn sowas in der Hand haben, ey? Oh mein Gott. Komm schon. Ja, fast blau ist. Nice. Nice. Und... Oh, holy shit. Die sieht nice aus. Die ist hübsch. Da freue ich mich. Inventar hinzufügen. So. Neu. Öffnen. Schade, wie der weiß. Aber hey, hat sich schon gelohnt. Wobei, für das Geld. Holy shit. Verschrotten. So, weg damit. Weiß. Nein. Alles schön wegpacken hier. Weiter. Oh. Ja, leck mich. Wie geil. Nice. Die ist wirklich geil. Ich mag die. Inventar hinzufügen. Ja gut, jetzt haben wir noch 30 Stück, ne? Machen wir noch auf hier. Habe ich ja gesagt. 40 Stück. 40 Stück. Oha, blau. Nice. Scharlatan. 1903. Habe ich gerade 19 gesagt. 1903. Ja. Fügen wir erstmal dem Inventar hinzu. Und machen weiter, Freunde. Boah. Wieder blau. So langsam. Läuft's. Rückwärts. Komm schon. Zackig. Blau. Okay. Alles klar. Nice. Nehme ich. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich sehr, sehr hübsch. Klapperschlange. Klapperschlange. Safe call. Sagte ich safe call? Meinte ich gar nicht so. Ich habe mich vertan. Ich habe mich versprochen. Äh. Klapperschlange. Safe call. Verdammt. Blau. Aber trotzdem gut. Blau. Nice. Hübsch. Moses. Herausragend. Aber. Ja. Würde ich jetzt tatsächlich behalten. Aber. Ne. Verschrotten. Weil ich spiele die so selten. Das würde sich nicht lohnen. So. Komm. Wir machen die mal so ein bisschen schneller. Überspringen. Ne. Ne. Danke. Oder sollen wir nicht überspringen? Besser nicht überspringen. Dann bleibt die Spannung. Für was denn? Für eine kackweiße Kiste. Verschwinde hier. Okay. So. Zack. Öffnen. Wieder weiß. Mann. Ey. Ich kann diese Pistole nicht mehr sehen. Verschwinde. Was ist denn los mit dir? Ohne Witz. Öffnen. Mann. Ey. Weißt du. Da hast du so einen nicen Lauf. Und damit meine ich nicht den. Von der Waffe. Und dann. Wieder so einen Scheiß. Wieso? Ist doch kacki. Kacki ist das. Verstehst du das? Oh. Blau. Blaue Kacki. Ah. Egal. Dafür kann man sich ja wieder andere Battle Packs holen. Ich meine. Eigentlich habe ich ja sowieso schon das. Was ich will. Die Klapperschlange wäre jetzt noch ziemlich nice. Tatsächlich. Ähm. Aber ansonsten. Geht's. Ne. Öffnen. Jetzt geht es nur noch darum. Die Epic Klapperschlange zu ziehen. Ansonsten. Können wir die wirklich alle einfach verschrotten. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr auf sowas Bock habt. Auf so Case Openings. Dann kann ich das hin und wieder mal machen. Jetzt nicht. Wirklich oft oder so. Aber das ein oder andere Mal. Oh. Truppen XP Boost. Nice. Das ist immer schön sowas. Alles was Teamplay ist. Ist immer super. Blau. Nochmal. Die wunderbare Martini Henry. Aber die haben wir jetzt schon. Ich füge sie ins Inventar hinzu mal. De 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 de. Nochmal blau. Holy shit. Ja. Guckt mal eine an. Komm. Mach weg. Mach weg. Mach weg. Die ist tatsächlich. Die ist hübsch. Aber will ich nicht haben. Geh weg. Öffnen. Immer das gleiche. Yeah. Okay. Das nächste Mal machen wir nur 20. Huch. Bin ich zurück. Öffnen bitte. Öffnen. 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 Blau. Yeah. Wat? Ich mag diese Pistole nicht. Geh weg. Warum bringt die eigentlich genauso viel wie die Martini Henry beim Verschrotten? Müsste das nicht eigentlich ein bisschen weniger geben? Weil kleinere Waffe oder so? Ist ja auch egal. Warum beschwere ich mich überhaupt? Oh yeah. Geil. Nicht weg. 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 Schade. Verschrotten. Okay. Hau. Ein legendäres Puzzleteil. Puzzle hinzufügen. Immerhin. Das ist nice. Oh. Martini Henry. Ah, schade. Die 1889 spiele ich diese Waffe? Ich glaube, ich spiele diese Waffe nicht. Deswegen kommt die leider weg. Ich wollte auch, wie gesagt, eigentlich nur Gewehr 98 haben. Und die Klapperschlange wäre halt noch wirklich geil. Die kommt jetzt. Safecall. Safecall. Scheiße. Daneben, Alter. Daneben gesafecalled, Mann. Verschrotten. Verschwinde. So. Ein weiteres. Ich mach die Augen zu. Tschüss. Mach's gut. Gut. So. Acht Stück haben wir noch. Meine Güte. Acht Stück noch. Und jetzt noch sieben. Tja, gut. In den Top 5 wird Safecall die Klapperschlange sein. Safecall. Pass auf. Achte. Was blau ist. Wollen wir nicht. Weg damit. Nein. Geh. Wartet ab. Wartet ab. Weißt du. Nee. Will ich nicht. Boah, diese Musik im Hintergrund, das ist so geil. Mann. Wobei die sehr, sehr geil ist. Wobei die wirklich geil ist. So. Wir befinden uns in der Top 5. Ich meinte Top 3 natürlich, ne. Das ist klar. In der Top 3 ist jetzt die Klapperschlange. Noch nicht hier drin. Ja, ist richtig. Sondern im Letzten. Pass auf. Im Letzten. Nochmal was schönes Blaues. Hör mal, die ist wirklich schön. Du besitzt dieses Objekt bereits. Zweimal. Ja gut. Hey, aber ich mein, das gibt gutes Geld. Okay. Letztes Battlepack. Da ist jetzt die Klapperschlange drin. Nicht. Hab ich, hab ich nicht schon gesagt? Ich meinte natürlich, da ist nicht die Klapperschlange drin. Okay, geil. Ja gut. Dann können wir uns jetzt wirklich extrem viele Battlepacks wieder kaufen. Das ist schon mal, äh, gar nicht so verkehrt. Leider haben wir die Klapperschlange nicht. Aber wir werden jetzt einmal kurz die Gewehr 98 angucken gehen. Oder? Ja. Das machen wir. Multiplayer. Server Browser. Deine Server. Ist hier was los? Ja, natürlich ist hier was los. Beste Server. Freunde. Kommt einfach hier drauf, wenn ihr Battlefield habt. Und habt Spaß. 200% Waffenschaden. Killcam aus. Awesome. Okay. Äh, den Boost mache ich jetzt noch nicht an. Das machen wir... Ah, es war klar, Alter. Das machen wir natürlich erst, wenn wir Conquest spielen. Weil ich finde, da macht es am meisten Sinn. Gut. Dann cutten wir mal zur nächsten Runde. Bo, 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 bo. Wo ist sie? Infanterie. Und die Optik. Oh. Alter, ist die schön. Alter, ist die schön. Das gefällt mir. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ey. Nice, nice, nice. Okay. Die ist wirklich, wirklich schön. Hauptsache, es ist komplett nebelig hier. Hauptsache. Shit, yo, das fängt ja wieder gut an Klasse, das war klar Yo, weg, Junge Weg, Junge Die ist so sexy, diese Waffe Ohne Witz, hallo Ich bin hier ganz schön getrapped Oh shit Oh fuck Wow, wow, was? Tja, hat es sich jetzt gelohnt? Ich weiß es nicht Ich spiele auf jeden Fall um einiges besser jetzt Mit dieser Tarnung auf der Waffe Nein, Spaß beiseite Also, es ist immer so eine Sache Ob man sich sowas holt oder nicht Klar, es ist natürlich ein bisschen Angeberei Mit so einer Waffe dann zu schießen und sowas Muss jeder für sich selbst entscheiden Ob er sowas machen möchte oder nicht Ich find's hin und wieder mal ganz okay Kann man mal machen Muss man nicht machen Aber wenn einem eine Waffe Oh shit, verzogen Wenn einem eine Waffe wirklich gut Was? Wirklich gut gefällt Dann kann man das, würde ich mal sagen, auf jeden Fall kaufen Ey, warte mal Hier ist noch ein Battlepack Oha, nix drin Auch nix Auch nix Auch nix Das war's Freunde Ich zeig euch jetzt ganz kurz nochmal hier Ähm Was so ein Battlepack kostet Ne? Also 1,179 Und 20 Stück zum Beispiel Äh 26,99 Ist natürlich euch überlassen Ob ihr das Geld dafür ausgebt Es ist teuer Ja, aber es macht Spaß Daumen nach oben Oder auch nicht Ist euch überlassen Haut rein bis dahin Ciao So